ARD Text im Auftrag von Funk Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt endlich einen neuen Kanal und zwar da werden wir dann sowas machen wie Daily Vlogs. Wir haben euch ja schon gefragt in dem Bewegliche Gründe Video. Aber jetzt ist es endlich wirklich soweit. Irgendwie bist du soweit vorne. Ja, aber ich mag das. Warum? Wieso? Ne, unscharf, komm wieder zurück. Ja, nein, soweit will ich nicht. Auf jeden Fall verlinken wir das jetzt hier so auf ihrem Gesicht am besten. Genau hier. So, hier in dem Abschnitt am besten? Ja, genau in dem Abschnitt wird es verlinkt. Und ihr seid wirklich herzlich dazu. Da ist ein Fliege. Und ihr seid echt dazu eingeladen, den Kanal gleich zu abonnieren. Ja. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und nein, wir sind nicht Abogeil. Und nein, wir sind keine YouTube Partner, die damit Geld verdienen. Nein, das sind wir nicht. Das machen wir aus Fun. Ja, Fun. Fun. Aus Fun. Ja gut, genug Scheiße glabert fürs Erste. Ich glaube, das reicht auch mal. Ja, würde ich auch sagen. Und wir haben jetzt noch was anderes vor. So, fünf Kinder machen. Also komm. So. Nein, scheiße, ist das spät. Okay. Man sieht sich dann auf dem Channel. Servus.